Kontaktlos Zehntierische Arten, berührungslos miteinander in Kontakt zu treten oder Gefahren auszuweichen. Wenn Menschen Kinder haben möchten, lernen sich zwei Personen erst einmal kennen, halten viel Händchen, es wird geküsst und am Schluss wird hinter verschlossenen Türen zu zweit ein Kind gemacht. Wie aber schaut das bei den vielen anderen unterschiedlichen Tiergruppen aus? Geht Vermehrung auch ohne Kontakt mit einem zweiten Tier? Wie machen es Wasserflöhe und Tiere, die nicht mal wie ein normales Tier aussehen, wie zum Beispiel Süßwasserpolypen und Seegurken? Und was ist mit Tieren, die nur aus einer einzigen Zelle bestehen? Pantoffeltierchen sind Einzeller und bestehen tatsächlich aus nur einer einzigen Zelle, wie das auch bei Bakterien der Fall ist. Im Gegensatz zu Bakterien haben sie aber eine feste Struktur in der Zelle, die das Erbmaterial beschützt, den sogenannten Zellkern. Trotzdem vermehren sich Pantoffeltierchen ganz ähnlich wie Bakterien, nämlich durch Querteilung. Sie teilen ihre Außenhülle, alle Zellbestandteile und den Zellkern einfach in zwei Teile und spalten sich an zwei. Davor verdoppeln sie die Erbinformationen, damit jede neue Zelle den gleichen Anteil an Informationen bekommt, um funktionstüchtig zu bleiben. Dann wachsen die beiden neuen Zellen und es geht von vorne los. Süßwasserpolypen, wie die durchsichtige Hydra, die auch in europäischen Seen und Teichen lebt, bestehen aus vielen Zellen und aus zwei Körperteilen. Den Kopf mit Tentakeln, mit denen sie nach Beute zum Beispiel Wasserflöhen schnappen und der Fußscheibe, mit der sie an Oberflächen kleben, um nicht weggeschwemmt zu werden. Um sich zu vermehren, können sie sich einfach in zwei Teile spalten. Dabei wird der Kopfteil mit den Tentakeln abgetrennt, dem nach kurzer Zeit eine eigene Fußscheibe wächst. Der untere Teil bildet einfach neue Tentakeln aus. So werden aus einem Tier einfach zwei. Hydren können sich auch durch Sprossung fortpflanzen. Dabei wächst aus dem Fußteil ein neuer kleiner Polyp, wie ein Zweig aus einem dickeren Ast. Sowohl durch Zweiteilung als auch durch Sprossung entstehen Nachwuchspolypen, die genetisch identisch mit ihren Eltern sind. Zweiteilung gibt es auch bei Seegurken. Diese Tiere sind mit Seesternen und Seeigeln verwandt und gehören zusammen mit diesen beiden Gruppen zu den Stachelhäutern. Bei Seegurken sieht die Spaltung der beiden Körperteile so aus, dass sie ihren walzenförmigen Körper in der Mitte in zwei verschiedene Richtungen drehen und dabei beide Seiten auseinanderschwimmen. Ganz ähnlich wie ein Bäcker einen Teigklumpen drehen muss, um zwei Teigstücke zu erhalten, aus dem er oder sie Brötchen formen kann. Nach der Spaltung der Seegurke wachsen die fehlenden Körperhälften einfach wieder nach. Auch diese beiden Tiere sind identisch, ähnlich wie beim Menschen eineige Zwillinge. Identische Tiere werden in der Wissenschaftssprache Klone genannt. Das entsprechende Tunwort heißt sich klonen. Auch Wasserflöhe klonen sich, um sich fortzupflanzen. Das ist bei ihnen aber viel komplizierter als bei Pantoffeltierchen, Hydren oder Seegurken. Wasserflöhe sind kleine Süßwasserkrebstiere, die es weltweit in fast jedem Gewässer gibt. Um sich fortzupflanzen, verpacken sie einzelne Zellen ihres Körpers als Eier. Aus diesen Zellen wachsen durch Zellteilung zuerst Zellklümpchen, aus denen sich durch weiteres Wachstum unterschiedliche Körperteile und Organe entwickeln. Am Schluss ist aus jedem Ei ein neues Wasserflöhkind entstanden, das wiederum ein Klon seiner Mutter ist. Das Ganze findet in der Brutkammer am Rücken der Mutter statt. Am Schluss werden die neuen kleinen Wasserflöhe am unteren Ende der Mutter in das Wasser abgegeben und sie können anfangen, ihr eigenes Leben zu führen. Das nennt man Parthenogenese oder Jungfernzeugung. Diese ungeschlechtlichen Fortpflanzungsstrategien sind ganz üblich bei den vorgestellten Tieren. Trotzdem können sich Süßwasserpolypen, Seegurken und Wasserflöhe auch zweigeschlechtlich fortpflanzen. Genau wie bei uns Menschen müssen dann zwei Partner zusammentreffen. Wäre es nicht praktisch, wenn man nicht erst einen Partner finden müsste, um Kinder zu bekommen, sondern sich einfach klonen könnte? Aber es ist ja auch schön, dass wir einmalig sind. In der cannabidiológischen Fortp égal rum, 나는 nicht nur das Wort tut dir etwas um Kinder zu überzeugen.